Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß in dem Video hier. So, Hallihallo Freunde! Und zwar geht's jetzt gerade ins Kino. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir schon etwas spät dran sind. Und zwar habt ihr es vielleicht schon im Titel gesehen. Ein bisschen ironisch. Wir gehen jetzt mit Unge ins Kino. Und zwar gibt's ein kleines Let's Watch hier im Cinemax am Dramtor. Und ja, da ist Unge halt auch. The Purge läuft, glaube ich, der dritte Teil. Das heißt, es sind auch nur etwas ältere Personen da. Ab 16 Jahren ist der Film. Und ich bin mal gespannt, was hier so abgeht jetzt. Sonst möchte ich gar nicht euch viel vorladen, sondern eigentlich gerne den Film gucken. Ihr wahrscheinlich auch. Genau. Nach dem Film haben wir noch eine Stunde, oder ein bisschen mehr, eine Stunde ist so eine Bar hier im Kino. Falls ihr nochmal Fotos machen möchtet, oder noch ein bisschen was erzählen möchtet, oder quatschen oder so. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Genau. Damit wir eben schon alle Lohn geschafft haben. Und eben da. Hallo ihr lieben Zuschauer. Wir sind hier gerade im Kino. Wir waren nämlich gerade auf der ersten Let's Watch Veranstaltung. Wie fandest du es? Super geil. Also hat mir echt Spaß gemacht. Ja, freut mich zu hören. Aber der Film war auch immer ein bisschen krank. Wir waren nämlich in Purge. Das war schon sehr, sehr hart. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video hier. Ja. Vielen Dank. Danke vielmals. Ach ja Leute. Cool. Also irgendwie mal was ganz anderes so einen Live zu sehen. Und ich kann euch eins sagen. Also der Typ ist echt super sympathisch. Irgendwie, man hört sich ja mal auf Videos irgendwie anders an. Finde ich jetzt persönlich. Und er hat sich total nett angehört. Also auf Videos auch. Aber irgendwie anders halt so. Und ja, eine super nette Geschichte. Auch nochmal zwei, drei Minuten lang mit ihm geredet so. Meine Freundin sagte gerade, ich habe irgendwie am längsten von allem mit ihm geredet so. Ja, irgendwie ganz geile Sache. Vielleicht sieht man den ja mal wieder. Weil Hamburg ist nicht weit weg. Und ja, ich hoffe euch hat's gefallen. Und mir hat's auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ja, natürlich auch. Und der Film war echt gut heftig. Aber ja, war in Ordnung. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall nach Hause. Vielleicht auch mal eine Kleinigkeit essen oder so. Ich weiß nicht. Schauen. Und ja, nochmal eine ganz kleine Info zum Ende hin. Und zwar für die Leute, die natürlich meine Bastelvideos lieber sehen, als jetzt die ganzen Vlogs und so. Es wird auf jeden Fall was kommen. Ich habe ein ganz großes Projekt gerade am Laufen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall dranbleibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.